Mein Name ist Gottfried Gungl. Ich bin Inhaber vom Spielzeugmarkt Gungl. Wir betreiben seit über 20 Jahren diesen Spielzeugmarkt in Hofstetten bei Gleisdorf und beschäftigen derzeit 15 Mitarbeiter. Das Schönste an unserer Arbeit ist wohl, dass wir Menschen glücklich machen können, vom Kleinkind bis ins Hohe Alter. Sehr wichtig ist es für uns geworden, nicht die gleichen Dinge wie alle anderen zu machen, sondern Nischen zu besetzen und insbesondere zählt zu unseren Stärken dieser Ersatzteilservice, Beratung durch unser Fachpersonal und Neuheitenbestellung. All diese Dinge zeichnen uns gegenüber den Internetriesern aus. Das Weihnachtsgeschäft für den Spielwarenhandel ist sehr, sehr wichtig. Der Spielwarenhandel macht zur Weihnachtszeit circa ein Drittel des Jahresumsatzes und deshalb ist es für uns sehr, sehr wichtig, dass wir auch vor acht Jahren mit dem Onlineshop begonnen haben, der uns in dieser Zeit sehr, sehr hilfreich ist. Und daher meine Bitte, kaufen Sie regional, kaufen Sie online, damit die Wertschöpfung im Lande bleibt und nicht bei den großen Internetriesen.